Servus Leute, alles gut bei euch. Ein paar Updates und Änderungen, von denen ich euch berichten möchte. Die erste und größte Änderung, wie ihr seht, bin ich alleine hier und das will auch so bleiben. Der Maxi ist nicht mehr am Kanal, ich fühle den Kanal jetzt alleine. Warum genau, das mag ich jetzt nicht. Ich habe mir genau den windigsten Tag ausgesucht. Warum genau, mag ich jetzt nicht sagen, weil der Maxi ist nicht da, der ist gerade beschäftigt gerade für die Uni und ich mag nicht viel reden. Wir sind keinesfalls nicht so stritten oder so. Wir sind noch immer sehr gute Freunde, er zieht sogar zu mir ein, also genau das Gegenteil eigentlich von so stritten. Es ist nur, ich möchte den Kanal irgendwie alleine führen jetzt, weil ich irgendwie eine Vision habe, die ich nur alleine durchsetzen kann. Der Maxi war so nett, der hat mir den Kanal überlassen, also ich hier schon mal danke an dich Maxi. Holy hell. Was für Videos genau auf euch zukommen, kann ich noch nicht sagen, beziehungsweise mag ich noch nicht sagen, weil eine weitere Sache, die ich auf YouTube gelernt habe, ist, dass wenn du nicht genauer weißt, oi, weil eine weitere Sache, die ich auf YouTube gelernt habe, ist, dass wenn du nicht genauer, jetzt bitte, dass wenn du nicht genauer weißt, was und wie, dann sag lieber gar nicht sofort, du irgendwas Falsches versprichst, deswegen lass dich einfach überraschen. Ich glaube, es wird sehr cool, also ich freue mich schon sehr drauf. Was noch? Wir haben 100 Opponenten erreicht in einem Monat, finde ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie viele von euch vom Altbueh-Kanal gekommen sind, an die danke mal für eure Loyalität. An alle Neuen... Hallo? An dieser Stelle schon mal Grüße an den Timbo SVH, ich hoffe, das habe ich richtig gesagt, unser 100. Abonnent. Und ja, das war es auch schon mit den Updates und Änderungen. Ich hoffe, es hat es mir nicht zu böse und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.